Sydney, das ist unser erstes Rendezvous. Billy, du weißt, was ich für dich empfinde. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. Die Landung von hunderten nicht identifizierten Raumschiffen wurde inzwischen offiziell als Großinvasion der Marsmenschen bestätigt. Ich liebe alte Radiogeschichten. Ich kenne tausende davon. In vielen Jahren habe ich sie gesammelt. Es war wie ein Hobby. Anekdoten, Klatsch und Privatgeschichten über Stars. Außerdem erinnere ich mich an so viele persönliche Erlebnisse aus meiner Kindheit, als ich eine Sendung nach der anderen hörte. Das Mädchen, das da gerade singt, war ein Lieblingsstar bei uns zu Hause. Einer von vielen. Jetzt ist alles vergangen, außer den Erinnerungen. Kümmere dich lieber mehr um deine Hausaufgaben und lass das Radio hören sein. Du hörst ja auch immer Radio. Das ist was anderes. Unser Leben ist schon ruiniert. Wir sind Irene Draper und Roger Daly. Wir sagen... Wenn du mich liebst, würdest du deine Frau verlassen und mich heiraten. Das kann ich nicht. Unsere Einschaltquoten sind so hoch. Atten Sie die Melodie. Clark Gable war diese Woche in der Stadt. Und wo ging er hin? Ins El Morocco. Warum gehst du eigentlich nie mit mir ins Copacabana oder ins El Morocco? Redet den Gas an. Es gibt diejenigen, die im Nachtclub Champagner trinken und uns, die sich anhören, wie sie im Radio Champagner trinken. Ich habe keinen dieser Menschen vergessen. Und auch keine dieser Stimmen, denen wir früher am Radio zuhörten. Vergessen Sie nicht, morgen wieder einzuschalten, wenn der maskierte Rächer über die Stadt fliegt und wir alle seinen Ruf hören. Nehmt euch in Acht, Bösewichte, wo immer ihr auch seid!